Willkommen zu uns zu Let's Plays Kirby's Fun Pack! So, ich hab gerade aus Versehen meine Fähigkeit weggeschmissen, aber es ist ja egal, wir spielen trotzdem weiter. So, und jetzt haben wir mal unseren komischen... Manicure, was das Teil heißen soll und jetzt gehen wir mal zurück. Und gehen weiter auf Schatz. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber was noch kommt? Ein bisschen schneller. Für uns auch noch mal die Feuerfähigkeit. Ja, die brauchen wir eigentlich. Sondern wenn wir in Kanonen-Level sind, wenn nicht jede Kanone kann schließen, dann können wir das Feuer aktivieren. So. Was haben wir hier? Okay, jetzt ist eine Kerze, aber ich finde auch nicht gut. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ah! Ah! Warum, ey? Kann man einfach so durchlaufen? Ich verstehe das nicht. Was da? Komisch. Was? Willi! Ich muss davon auffangen. Was? Das ist ein ganz andere Turm. Wo! LOL! Oh! 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 Es ist dunkel, dann können wir sicherlich unsere Feuerfähigkeit gut verlaufen. BAM! Verdammte Kerzen an und der Bär brennt hart! Wenn er Bär brennt! Diesmal sind sie grün. Vergammelte Bär... Oh, ich kann nicht daran erkennen. Ja, wir müssen Hilfe zurück machen. Das ist bestimmt so ein Magic-Masch, wenn es euch voll... Richtig gepraten ab und zu. Alter, wo sind wir? Ich bin auf der Bär. Ja. Soll ich holen? Die Schütze? Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was fühlst du an? Okay. Nehmen wir den weg. Ja! Ja! Toter Bär! Toter Bär! Toter Vogel! Und alles vernichten! Toter Vogel! Ja! Toter Bär! Ist aber nicht aus der Knut, oder? Bäm! Fohle, Bäm! Sondor! Wuuuuh! Soll... Kann ich hier nicht... Sonder hier. Ganz viele Tiere und... Winterklam! Was müssen wir mittlerweile eigentlich alle haben? Fuck the fuck! Verpiss dich! Das Vögelteam! Äh, Vögelteam! Ja! Ja! Uh! Okay! Piss dich! Nein, Schatz! Ja! Ja! Wollen wir jetzt nicht! Aha! Was ist hier los? Was ist hier los? Uh! Speichern! Was ist hier los? Oh, da wird's doch hell! Das ist ja noch dunkler aus So wie es tatsächlich aussieht Ah, so drüben haben wir jetzt kommen Warte mal Da war noch kein Feuer er nimmt das einfach und dann kommt es auf ok, welches ist das denn? ok super 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 garland wir müssen zum zimmeren so das geht ja schade ich durch ich weiß doch, hä? Leute, ich will mich verabschieden ja irgendwie gehen wir da durch ich finde, irgendwie wäre das geplant oder anders oder früher ja bleh WTF ich schlaufe und 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 hä? bin ich doof? doch jetzt wieso denn wieso? ich darf für weiter wieso? jetzt wieso wir haben ein Tannenbaum ein Weihnachtstannbaum ein Weihnachtstannbaum ein Weihnachtstannbaum ein Weihnachtstannbaum ich bin mal gesehen ok ok dann ja ist ok das ist ein Pferd das ist ein Pferd aber es hat ja Vögel was ist ein Pferd was ist ein Pferd mal gucken was er jetzt unten aber tut aber verarsch bis zum nächsten mal euer Kapsulter Team tschau